Rote Ecke, Sebastian Ralfurz, BZ Münster, in Blaue Ecke, Lärmenschappel, Vorferhutte. Dieser Kampf gegeben auf der Freier 2. Ich kann immer so viele Informationen geben, Termin, so viele Kostleitzahlen, die alle und ihr könnt auch ruhig dann eure Fans, Städte und Zeiten mit an den Ebenern und so aufkommen. Wenn ich bei euch Filme dann da reise, das ist für den Rundsorger und für die Vereine. Allerdings ist nicht garantiert, ob ich Bonn, ob ich ein anderes Bonn. Dann kann ich nur eure Veranstaltungen bleiben. Nee, hab ich auch noch nicht. Die hab ich noch nicht. Die erste Kampf, die ist gelingen von Trinsky-Kampf. Ja. Ich sag ja, hier bin ich jetzt schon dritter oder vierter. Ich bin ja auch verheiratet, aber meine Frau, die geht ja nicht mit. Und dann sagt ja, man kann das auch nicht mehr. Ja. Gestern hat sie Geburtstag gefeiert. Mein dicker Kopf ist weg. Ich konnte doch kommen. Ist ja klar. Ja. Ja. Ok. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es gibt heute einen Platz. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.